anderen Davos gekommen sind. Das andere Davos wird dieses Jahr zum achten Mal von ATTAC Schweiz mit Unterstützung zahlreicher Kräfte organisiert und findet dieses Jahr unter dem Titel MS-Neoliberalismus, Kreuzfahrt oder Freubeuterei statt. Es gab bereits mehrere Workshops und ich bin mir sicher oder hoffe, dass es bereits die Möglichkeit gegeben hat zu Diskussionen und konstruktiven Beiträgen, wie man eine andere mögliche Welt schaffen könnte. Ich möchte mich zuallererst einmal bei unseren vier Rednerinnen und Rednern bedanken, die trotz zahlreicher Verpflichtungen es wahrgenommen haben, an unserer Podiumsdiskussion teilzunehmen. Neben mir auf dem Podium sitzen Christian Felber, Mitbegründer von ATTAC Österreich und freier Publizist, Rita Schiavi, Mitglied der nationalen Geschäftsleitung der Gewerkschaft UNIA, Jean Ziegler, Sonderbeauftragter der UNO für das Recht auf Nahrung und Autor des Buches Das Imperium der Schande und zuletzt Susan George, Präsidentin des Beirats des Transnational Instituts. Claudia Steiger wird zusammen mit mir diesen Abend moderieren und mein Name ist Dona Lütho-Kentz. Vielen Dank, Dona. Ich freue mich auch sehr, Sie sprechen zu dürfen, hier am anderen Davos, in der achten Ausgabe. Es wird ja immer gesagt, dass die Wegbewegung um Ablauen ist. Wir werden, wenn wir ehrlich sind, fast totgeschwiegen in den Medien. Wenn ich den Tagesanzeiger anrufe, dann heißt es, ja, wir haben nur eine Spalte Platz. Es ist schwierig, da was reinzubringen über das andere Davos. Hämische Kommentare erfolgen von mancherlei Seite. Kurz, eigentlich die Bewegung wird totgeredet. Sie alle, die heute Abend hierher gekommen sind, beweisen, dass dem nicht so ist. Sie alle und viele andere, die heute am Global Action Day des World Sozialforums ihren kleinen oder größeren Beitrag leisten, beweisen, dass diese Bewegung nicht tot ist, dass wenn sie auch schwierige Zeiten durchläuft oder kleiner wird, dass sie nicht nur möglich ist, sondern dringend notwendig. Und dafür möchten wir uns herzlich bei Ihnen bedanken. Genauso wie bei unseren Rednern, die trotz zahlreichster Verpflichtungen hierher gekommen sind. Es sind hochkarätige Leute, die es eben wichtig finden, dass in Zürich eben das WEF weiter eine konstruktive und sachliche Kritik geübt werden kann. Kurz einige Gedanken zum WEF von Seiten ATAX. Das World Economic Forum steht ja auch dieses Jahr wieder unter einem blumigen und wohlklingenden Motto. Das heißt, the power of collaborative innovation, die Kraft der gemeinsamen Erneuerung. WEF-Gründer und Vorsitzender Klaus Schwab erklärte, betont unbescheidend, das jährliche Treffen bietet die Chance, die globale Agenda für die kommende Zeit zu verstehen und zu gestalten. In einer schnell ändernden Welt dient das der Gesellschaft und der möglichen gemeinsamen Innovation zum Wohl aller. Die Frage ist für ATAX eine ganz einfache. Für wen genau bietet sich diese Chance, diese Innovation wahrzunehmen, diese globale Agenda zu verstehen und zu gestalten? Und wer konkret sind denn diese alle, zu deren Wohl diese Innovation erfolgen wird? ATAX, Zürich und Schweiz ist der Meinung, dass es nicht nur komplett die Falschen sind, die diese Agenda bestimmen, sondern auch noch viel zu wenige. Und wir denken auch, dass es vielleicht zum Wohl von Peter Braweck oder Daniel Vasella ausfallen wird, diese Innovation, aber nicht im Namen oder zum Wohl der 800 Millionen Hungernden und auch nicht im Namen von uns allen hier in der Schweiz. Wir denken, dass es sich beim WEF erstens um den Ort handelt, der die tausend transnationalen größten Unternehmen und ihre selbsternannten Global Leaders berechtigt, wirtschaftliche Absprachen und Deals hinter verschlossenen Türen und ohne jegliche demokratische Legitimation oder Kontrolle zu tätigen, mitfinanziert von unser aller Steuergeldern und bewacht von unserer Armee. Wir denken zweitens, dass diese Veranstaltung dogmatisch und kritikfrei im Dienste des Freihandels und des neoliberalen Projektes steht, nicht aber in demjenigen einer sozialen und fortschrittlichen Gesellschaft. Wir denken drittens, dass es sich dabei um ein elitäres Forum handelt, das sich für Privatisierung und Liberalisierung einsetzt, zur reinen Profitmaximierung dient und die zunehmende und beinahe endgültige Ersetzung der Politik durch die Ökonomie repräsentiert. Und wir denken neuerdings auch, dass es sich um fatale Probleme wie den Hunger der Welt oberflächlich kümmert und dabei doch vollständig folgenlos bleibt. Kurz, die Interessen der Wirtschaft höchst erfolgreich vertritt und mit den wahren Problemen der Welt nichts anzufangen weiß. Für ATAG ist deswegen das WF die Geschichte eines 37-jährigen Misserfolgs. Wir haben bedenkt, dass dieses Forum unter anderem Namen 1971 angefangen hat und dass wir heute mit 800 Millionen Hungernden und mehr als eine Milliarde Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, uns befinden und dass das neoliberale Projekt gescheitert ist, denken wir, dass dieses Selbstvertrauen, das das WF nach wie vor an den Tag legt, völlig fehl am Platz ist. Kurz, das WF kommt uns vor wie ein Kreuzfahrtschiff, das elitär und exzessiv ist, immer mehr eine Scheinwelt von Opulenz und Luxus bedeutet, das auf dem ganzen Globus treibt, die Umwelt belastet und Ressourcenausbeutung abhängig ist und sich stattdessen aber als allgemein erholsam, gütig und zugänglich für alle verkauft. ATAG ist seit jeher überzeugt, dass ein solches Luxusliner-Modell untragbar ist, sehr schädig und ersetzt werden muss. An diesem Punkt setzt das andere Davos an. Wie Sie sicherlich bemerkt haben, ist das andere Davos dieses Jahr Teil des Global Action Day des Weltsozialforums, kurz WSF. Das Weltsozialforum findet dieses Jahr dezentral statt. Es gibt rund 2000 verschiedene Veranstaltungen auf allen Kontinenten und dadurch wird es der breiten Basis ermöglicht, konstruktive Kritik an der neoliberalen Politik und konstruktive Vorschläge für eine Verbesserung der Welt beizutragen. Der Abend wird folgendermaßen ablaufen. Jeder der vier Redner wird einen kürzeren oder ungefähr 20-minütigen Vortrag halten. Anschließend wird es eine Diskussion mit dem Publikum geben und zum Schluss werden wir kleinere Gruppen für diejenigen, die noch Interesse haben, im Raum bilden und es besteht die Möglichkeit zu einem Gespräch in kleineren Gruppen mit den einzelnen Rednern. Unsere erste Rednerin wird Susan George sein. Sie ist derzeit Präsidentin des Beirats des Transnational Institute, welches die verschiedenen NGOs auf der Welt koordiniert oder Bewegungen abspricht. Sie war Mitbegründerin von ATAG Frankreich und Vizepräsidentin sowie in dessen Vorstand von 1999 bis 2006. Sie war unter anderem auch im Vorstand von Greenpeace International von 1990 bis 1995, hat über 14 international bekannte Bücher geschrieben und hiermit würde ich ihr gerne das Wort übergeben. Vielen Dank. Vielen Dank.